Guten Tag! Moin! Ja, LittleBigPlanet2 schreibt mal wieder. Ja, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Wir müssen ja wieder hier noch ein bisschen was schaffen. Heute ist wieder irgendwas dran. Ja. Nämlich, wie hieß das Level? Hab ich schon vergessen. Oh, puh, da bin ich überfragt. Bombensicher? Was ist denn das jetzt für eine Ansicht? Ich hab jetzt hier blaues Meeransicht anstatt hochgeschlecht. In jedem Fall haben wir bombensicher. Ja, bombensicher. Wer weiß, was wir da wieder verkackt haben, dass wir dort nur 52% hatten, vielleicht wieder ein Sticker. Das könnte sein. Ja, der Sticker ist da. Also dann haben wir ja indirekt ja nichts verkackt. Nö. Ich hab die Faust. Ah! Und dann kriegt man ein anderes Gadget. Super. Okay. Kann damit doch nicht umgehen. Wieso? Ist doch gut der Werfer. Ah! Okay, ist ein Bombenwerfer. Cool. Wie lürft man den? Hast du schon vergessen? Eher eins drücken. Dann kannst du schießen. Stimmt. Boah! Ja, ich bin in die Luft. Warte mal, hier? Oder? Was? Oh, ja. Äh, das war jetzt Glück. Äh, nicht erlauben. Ihr wollt hier wieder jemand reinkommen. Da oben ist sowas. Oh, schade. Oh, schade. Töte dich. Uiuiuiuiui. Geh mal weg. Oder so. Mach ich. Das haben wir. Hier ist eine kleine Kante. Verflucht. So. Jetzt aber nicht mehr. So. Da sieht das schon mal gut aus. Sie haben auf jeden Fall wieder schon 60%. Ja. Einiges gefunden. Gut. Ich war schon mal hier hinten, aber hier ist nichts. Ich hab dich einfach mal eingekerkert. Ich komm hier raus. Oh, scheiße. Hey. Da ist nix. Da ist noch Dynamit. Was hier? Was? Hier geht... Oh, da hab ich mich getötetet. Da ging's doch weiter. Ja, aber da... Ach, da hinten. Das owas. Warte. Ich muss schnell wieder hinterkommen hier. So. Da kann man sich noch... Ja, da kann man sich noch weiter ballern. Oh. Hoho. Da hast du einiges übersehen. Äh, ich hab da schon nie so raus, dass ich nie so nah dran stehen sollte. Nicht? Oh. Eine totale Abkürzung. Ja. Soll ich überhaupt hochgehen? Ja. 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 Ich glaub, da war da nix mehr, was jetzt... Oh. Och, Menno. Schon vorbei. Ich kann mich hier grob erinnern... Dass wir hier schon ein paar Komplikationen hatten, ja. Ach so. Ach so. Wir müssen vielleicht was tun. Ja. Ein bisschen wat. So, hier brauchen wir nix? Nö, nicht wirklich. So. Die Komplikation. So. Die Komplikation. Haben wir uns einmal gerettet? So. Ich geh mal hier rüber. Warte lieber noch. So. Huhe. Da oben ist ein Bubbel. Hm. Scheiße. Wusste ich's doch. Wie? Ja. Wie kommt man aber ran? Mit der Bombe. Mit der Bombe rüberfahren. Oder? Nee. Die Bombe wird doch kaputt gemacht da oben. Hm. Komisch. Wie muss man hochkommen? Hm. Aber wie? Quicker gibt's hier jetzt oben nie? Nee. Aber du kommst doch nie von oben ran oder so. Nee. Dann muss es doch irgendwie mit der Bombe zu tun haben. Aber die haben wir doch nimmer gehabt. Ja, wenn wir dranhängen und dann rüberfliegen. Verstehst du? Das Ding zerschießt. Komm, komm mal mit. Das Ding hier oben, ja, wenn jetzt noch Bomben kommen. Das Ding zerschießt Bomben. Ja. Weil das jetzt rüber steht. Weil es jetzt drüber steht, weil wir es hingelotst haben. Ach so. Naja, gut. Wegen dem Bubbel. Ja, aber der eine Bubbel ärgert mich schon. Naja. Ach, das Vieh. Ja. War echt nützlich. No. Nein. Nein. Ah, da ist ein Arsch. Oh, jetzt bin ich weg. Das Bede war mir weg. Das fängt ja jetzt nicht hin. Nein. Oh, mach mal das Ding hier klein. Hallo? Na, weil du jetzt nach oben stehst. Da kann ich ihn ganz entscheiden. Ah. Weg. Fall um, du Turm. Ne, du musst da runter. Sicher? Ja. Das werden ja diese Bubbels da nicht. Ich glaube, dass ich den Turm umwerfen kann. Da stirbst du unten nur. Stimmt. Ach, da fällt das ein. Ja, jetzt habe ich es. Ja. Oh, wieso will er jetzt mich? Das ist dumm. Du schmeckst besser. Aha. Hoi, 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 hoi. Hoffentlich kriegen wir jetzt einen Bubbel da hinten. Ne, äh, es geht weiter. Okay. Da geht weiter. Weiter in die Tiefe. Noch ein Sticker vielleicht jetzt hier? Ja, oder zwei oder drei oder 15 oder 85. Ach ja, komm mal die Fresse. Junge. Ist das vermischt? Aha. Das für ein Viecher. Ach, das ist Level jetzt hier, ja. Ja, stimmt. Das sagt uns irgendwas. Da, wo man von Kiste zu Kiste muss. Ja, genau. Von Kiste zu Kiste springen. Boing. Gamebubbel haben wir. Haben wir, ja. Wart. Boah. Wenn der eine jetzt nicht so blöd wäre. Den möchte ich, wer hätte man mal mitnehmen müssen. Hier bin ich mir nämlich nicht mal sicher, ob wir... Ja, nimm doch mal mit. Springe runter. Ach, geht ja nicht. Ich habe ja keinen Greifer, oder? Vielleicht kannst du ja rumziehen. Nö. Kommen wir aber auch nie zurück, oder? Ah, jetzt. Halten. Ah, okay. Irgendwie macht der Bär das ein bisschen. Hm. Naja. Hat ja geklappt. Auf jeden Fall. Jo, die nächste Kiste. Ich ziehe mal. Jo. Okay, jetzt müssen wir da hochkommen. Ah, okay. Hier ist mal zwei, mal drei, unten mal vier. Ja. Danke. Ja. Hat ich schon wieder ganz... Ja, das wollen wir nicht machen. Das level ich. Ich kann mich daran erinnern. Ja. Ja, ich mich auch. Ja. Ja. Hat sie auch übelst geleckt ursprünglich, oder? Nee. Ich will nicht. Ich auch nicht mehr. Ah, da ist ein Bubbel hinten. Boah, den hat man schon. Den hat man letztes Mal auch schon entdeckt. Ja. Ganz so deppert war man dann doch. Ach so. Ah ja, ich weiß, was mir zu tun hat. Ja, lass mir mal die Bombe runter. Ich werfe. Jetzt. Ich hab sie. Jetzt. Uah. Nee. Boah. Okay. Die hat richtig dunk gemacht, aber trotzdem ist sie nicht explodiert. Glück gehabt. Ja. Glück muss man haben, ne? Ja. Das haben wir ja. So, kommt ihr? Oh ja, schön. Erstmal kontrollieren, ob die überhaupt mitkommen. Ach, das wieder. Ich hab mal aufgemacht, ne? Äh, wieso kohlenst du ne Bombe zu mir? Ich hatte Langeweile. Ich wollte abkürzen. Ja. So, den Bubbel hatten wir dort auch. Ja, die zwei Meter wolltest du abkürzen. Ja. Wirklich? So, kommt mal hoch hier, Knufflinge. Natürlich immer schön kontrollieren, ob sie es schaffen. Sehr schön. So, und hier sind wir das letzte Mal jämmerlich verkackelt, weil hier doch irgendwas war. Ja, genau. Da muss man irgendwo... Immer warten. Stopp. Ah, hier, genau. Hier war's. Stopp. Jetzt. Und go. Stopp. Stopp. Und go. Immer hin bis hier hin. Ja, wir können. So, war hier noch was? Ja. Go, 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 go. Okay. Go, 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 go. Go, komm. Ach, ja. Gut. War jetzt nie anders zu machen für uns. Nee. Und hier ist nicht mehr. Wir hätten vielleicht abspringen können, aber... Nein. Das wär zu easy gewesen. Huch. Mordes war gewagt. Ja, dennoch nicht. Bis zum Ende ausgeführt. Gerade. Huh. Stimmt ja. Ja, ich hab's wieder mal nicht geschafft. Ich hab's überlebt. So, drei. Und nochmal. Zwei. Eins. Ja, danke. Pompenstimmung hier. Jawoll. Und weg. Boah. Gerade noch abgetaucht. Ja, wie viel haben wir? Zähne. Ja, da haben wir auch alles gehabt. Ja. Dann hat nur der Sticker wieder gefehlt, ne? Ja. Aber weißt, wie viel Prozent jetzt die ausgemacht haben? Okay. Nicht so viel. Wir haben immer noch einiges übersehen. Vielleicht haben wir... Vielleicht haben wir bombenmäßig doch noch... Nee, nee. Pass auf. Lässt, was das war. Was denn? Das sind die mal drei und mal vier, die wir nie geschafft haben. Ah, stimmt. Ja, das werden wir... Das können wir leider nur so lassen jetzt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Müssen wir uns merken. Bomben sicher. Ist ein dreimal vier und vier Level. Genau. Schreibst du es dir auf, ja? Äh, ich suche einen Zettel schnell, ja. Dann mach ich das. Aber kannst du schon mal raus aus dem Level gehen? Ähm, nö. Natürlich. Für dich doch immer. Äh, bomben... Ähm... Sich... Ja. So. Ich hab's mir mal aufgeschrieben. Nicht, dass wir's hier... Vergessen. Sehr schön. So, dann haben wir, äh, Sackbord hüpfen. Ah, das war das. Ja, ich weiß, was das war, ja. Das kriegen wir hin. Ich hoff's. Das war jetzt auch so ein Ding, da wo wir gesagt haben, das müsste man fast zu dritt oder zu viert machen. Ah, das kriegen wir. Das geht nur zu zweit. Das... Ich weiß, wenn's das ist, was ich denke, dann... Ja, ja. Dann kriegen wir das hin. Ja, genau. Mit den Plattformen. Das müssten wir hinkriegen. Bloß wieder ein bisschen üben. Ja. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Ich find's halt blöd. Es wär halt cool, wenn's die eine Plattform mit dem einen Stick lenkst und die andere Plattform Nee, das lenk ich nicht. Dann bin ich ganz froh, wenn's liegen ist. Das wird eigentlich, glaub ich, um einiges besser funktionieren. Ja, jetzt wird's schon ein bisschen kniffliger mit den Knufflingen. So, aber bis jetzt geht's recht gut. Da kommen jetzt drei auf einmal. Uh. Es hat weh getan, aber zumindest kriegen wir eins sicher rüber. Ja. So. Oh. Ja, zumindest wieder eins sicher. Tja. Naja. Nächsten kommen. Tag, hier stehen bleiben. So. Und zack. Ich glaub 3000 braucht man oder so, oder? Ja, irgendwie so. Ach, scheiße. So, wir hätten ja schon mal ein Drittel. Naja. Säß doch nischt. Für das, dass wir außer Übung sind. Es ist gar nicht mal so gut. Ich brauch jetzt grad nichts tun, weil... Ja. Die eigentlich recht geil hier reinlaufen. Naja, müssen sie ja auch, sonst kriegst du's ja gar nicht mehr hin. Ui. Alter. Ja. Wie viel hast du fallen lassen? Ich gar nicht viel. Ja, komm, 2000 ist... Los, sammeln die anderen, hätten wir noch einen Multiplikator gekriegt vielleicht. Ah, schade. Sorry. Ach komm, das kriegen wir hin. Ja, ja. Das ist ja nie lange. Hätten wir vielleicht am Anfang nicht gleich so viel verkackt. Ja. Hätt's besser laufen können. Da. Na, 2400 ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Für das, dass wir total uneingespült sind. Wetten, jetzt wird's nie besser. Doch, es wird besser. Wir machen jetzt 2995. Hm, klasse. Hahaha. Hahaha. Da. Knuffling kommt. Was war denn das jetzt? Ein Leck. Knuffling kommt. Ach. Dude. Da, 2 Knufflinge kommen. Ah. Ah, läuft. Die sind beide drüben. Ah, scheiße. Einen verfehlt. Immer in der Position bleiben. Da passiert's gar nicht. Ja. So. Die sind schon ein bisschen trickier. Aber die kommen relativ synchron hier runter immer. Boah. Naja, hinten noch jetzt nie so. So, die nächsten kommen. So. So. Läuft doch irgendwie. Ah, ein bisschen. Hä? Wieso gehen die denn alle unterschiedlich? Ja, die gehen ein Stück unterschiedlich. Ja. So. Immer so ein Ticken rüber. Da. Immer schön im Auge behalten, die kleinen Jungs. Hier müsste es eigentlich so bleiben können. Jo. Geil. Die nächsten kommen auch schon wieder. Hm. Immer so leicht hin und her. Hm. Oh, das gibt Punkte. Geil. Das war eine geile Kombo. Oh. Und ich will ja nix sagen, aber wir hätten die 3000. Ja, ist ja Wurst. Wir probieren mal's soweit wie's geht. Wenigstens. Scheiße. Na ja. Ah, wir haben noch zwei Versuche. So ist es nicht. Zwei dürften wir noch fallen lassen. Ja. Was passiert denn jetzt? Alter. Ah, okay. Ach, Bomben. Na gut. Ist ja gut, dass wir es eh aufgehört haben. Ja. Haben's ja geschafft. 4.000 Punkte, Junge. Na. Wir waren gut. Oh, neues Outfit hast du gekriegt. Ja. Schön. Tauber. War ein guter Run. Ja. 4.764. Wenn wir jetzt nicht unter Top 100 sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, das glaube ich aber kaum. Sag ich ja. Nee, 41.812. Ich denke, da werden noch einige mit der Bombe weitergekommen sein. Ja, gut. Äh. Könnte sein. Ja. Denke ich auch. So. Äh. Folgenende oder geht's weiter? Haben wir das gemacht gerade? Ja, das haben wir gerade. Äh, Sackbord hüpfen haben wir gerade gemacht. Wir probieren einmal das Chicken. Ja. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, machen wir dann in der nächsten Folge erst weiter. Also in der Runde versuchen wir jetzt das Chicken noch. Ach ja, wir müssen ja weglaufen. Ja, ja. Das war ganz blöd hier. Da wären wir... Wir hätten aber das Level geschafft, ohne zu verrecken. Übrigens. Weil ich das Peak hab. Das Peak Aster. Du, da hab ich's aber nie geschafft. Das ist mir bewusst. Ja, halt die Fresse. Oh mein Gott! Irgendwie müssen wir hoch, Shit. Da hätt' man schon hochgehen müssen. Ja. Ja, ist... Den hab' ich. Ah. Und das war's schon. Ja. Gleich erneut oder... Ja, noch können wir's erneut nochmal vergeben. Weil das war jetzt schon... Also wir müssen beim ersten... Peinlich. ... hoch. Ja. Schritt für Schritt holen wir uns die Bubbles. Genau. Schlimm hier. Hast du? Nein. Oh. Naja. Erstmal weiter. Ja. Einmal mal weiter. Gucken, was es nach so... Äh. Ach, wieso ist denn das Ding hier? Nein. Gerade vor deinen Augen zertreten worden ist Ding. Das wär noch ein Bubbel. Mann. Ja, da hätt' ich es hochgehen müssen irgendwie, aber... Hm. Läuft nicht ganz so, das Ding. Dann muss erst mal gucken. Ja, vor allem sich alle merken, wo die Dinger sind. Oh, ja, war gut. Einen hast du erwischt. Und den war weggebruzelt. Weggebruzelt? Der Wegs haben wir schon mal einen. So, äh, ja. Ja, nochmal ein neues Spruch. Einmal versuchen wir es jetzt noch. Einmal noch? Okay. Einmal noch und dann... Okay. Ich versuche hier gleich mal hoch zu kommen. Ja. Ich gehe in der Zeit unten weiter. Ja, ich mach das. So. Ja, schaffst du? Wieso kommst du da hin ran? Ich weiß es nicht. Schade. Komm da nicht hoch. Den Hamdor? Ich würde zu treten. Reise, eine, reise, eine. Der hat den Schubstab mir eigentlich runter. Das macht der immer anders irgendwie. Ja. Oh, jetzt hab ich zurück zur Zentrale. Aber egal. Wir haben ja hier gesagt, das letzte Mal noch und... Genau. Ja. Dann probieren wir es dann nochmal. Wenn. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.